Die Behandlung der Nasolabialfalte kann bei herabsinkenden Wangen vor allem noch störender wirken im hohen Alter oder im höheren Alter und sicherlich ist es hier von großer Wichtigkeit, dass man die Behandlung frühzeitig beginnt, aber auch wenn man diesen Zeitraum verpasst hat, kann man in Schritten an einer ganz natürlichen Art und Weise die Nasolabialfalte und damit die hängenden Wangen, die sich an dieser Stelle natürlich dann noch deutlicher kennzeichnen, reduzieren und eine frischere und nicht so müde erscheinende Außenwirkung darstellen.